Das war die Kamping-School-Schein-Kleitung. Die hätte ich flimmern lassen. Ja, ich schicke euch das. Ich schicke euch das, Lübbelin. Ich bin immer noch am Lübbeln. Wir bitten darum. Du musst aber auch raus. Ja, da gibt es dann jemanden. Ja, ja. Ja, das ist ein Pfeifen. Ja, ja, ich habe ein Pfeifen. Ja, ja. Ja, ich habe einen Pfeifen, ich bin ja hier. Ja, ich habe einen Pfeifen. Ja, ich habe einen Pfeifen. Also wir wollten so viel mit uns und ja, wir haben es auch mit uns, da hatten wir so einen Baum, Baumkolle und Wolken, die wir uns erzählen haben, die da haben wir so was hier mit uns. Das ist mein, ja. Danke. Und für nächstes Jahr habe ich eine Vorbührung, die wird zum Oktober, da will ich mal keinen Grunde an die spanische Grenze einstellen. Das habe ich alles mittlerweile gemacht. Danke. Danke. Danke.